So Leute, ich habe gerade gelesen, die effektivste Waffe ist ein wabender Zauberstab gegen ihn. Ich habe gerade, den habe ich ja gerade eingesammelt mit der hier, glaube ich. Und versuchen wir es einfach mal, würde ich sagen. Was ist jetzt so cool, oh shit. Wir müssen erstmal irgendwie versuchen, das Ding auszurüsten. Okay. Oh, der ist ja schon bald besiegt. Loll, der ist jetzt ernsthaft ausgerutscht. Wann ist Scarlett immer wieder dran, ey? Heilsplitter. Können wir versuchen, ne? Oh, das hat, das hat den geheilt. Oder? Hat den das geheilt? Ich weiß das jetzt gar nicht. Ne, warte, 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 warte. Wo ist der Zauberstab? Da. Eichen-Todes-Zauberstab. Da. Ich werde jetzt einfach um eine Reiche ohne Schweife los. Ne. Hätte ich das mal eher gewusst. Das soll doch wohl ein Witz sein, ey. Ja, danke. Alter Schwede, ehrlich. So, erstmal heilen. Und zwar die... Die... Helfen. Feuersauberstab, okay. Kettenbeinlinger. Fallenden Schärfer-Berkzeug. Ist doch rot für den hier eigentlich, ne? Aber... Der hat mal wieder keine speziellen Fähigkeiten. Da würde ich sagen, gucken wir erstmal, was da oben drauf ist. Aber hier haben wir noch besser. Selber eine Fallspitze. Ja. Okay, drucken Platten. Ich habe etwas interessantes. Gut, das war gespeichert. Ich habe etwas interessantes gesehen. Aha. Alter, welcher Fynn. Mein Gott. Hol die hin. So, wo ist da hin? Wo ist da hin? Wo ist da hin? Oh, hast du es bald. Ja, geil. Warte mal, ich habe doch... Wo sind die Fässer und so? Hier. So geht es auch. So, das sollte erstmal reichen. Aber jetzt geht hier mal alle da weg. Die Fuhre drückt, die Macht hat schon. Auch wenn es ein Männername ist, aber... Ja, genau. So, das hat jetzt schon mal geklappt. Was? Was? Easy. Sicher, du bist so weit entfernt. Du stehst direkt daneben, du Idiot. Oh. Willkommen, Wanderer. Have you also come to this winter land to wire away your time with an ever-waning will to go on? I admit it with a weighty heart. I am weary, I am worried. I, William Wellington McWishingwell, am not well at all. I was snatched by the wild and wicked Winter King, Boreas, the wretch, and whisked into this prison. It was a wish he wanted, and a wish I had to grant. The willful King wanted to rule all of Faerie with his wayward fist, and I was wont to grant it. Now I'm putting away my time in woe, waiting for the King to deign to will me home. Hyberheim, of course, the winter realm of the land of Faerie. At which winter world have you been weak-ending, if not Hyberheim? The wily Winter King used a wicked scroll to steal me. Perhaps, if you found that scroll, you could use it to whirl me home to Wally. I believe he'll keep it among his other valuables, to wit, the treasure of gold. Oh woe is the wish-granter, whisked so far from where he lays his hat. His powers grow weary, given enough time, and his wishes wear away as his woes wax. I won't be able to manage much anymore, but perhaps there's still a way. What do you say? What say I will suffer this dreadful weather away? I think I can still manage that, and for 2050 go, you wonder can wish which weather I switch. Perhaps I could wind down this wild blizzard, or whack out the lava burbling volcanoes to the north. What do you say? Okay. Ja, fängt ja schon gut an. Alter. Ah, jetzt. Well, I never imagined. Well, on the earth, this, oh wo, I won't be able to once say I will suffer this. Oh, what a wonder twinge. It's a very bitter one. Hmm. We should end this snowstorm. We can't… You're right. And it's cold. We'll weaken the great white winds, will we, wonderful, won- Nice. Es hört halt wirklich auf. Na gut dann. Ich komme eigentlich auch ganz easy durch glaube ich. Und zwar mit der hier. Ja moin. Was für eine Schlossstufe ist das? 99. Witz ist das doch echt. Kann ich nochmal laden? Aber ich finde den Schneesturm eigentlich gar nicht so schlimm. Nur halt dass du dann immer unterkühlt bist. Willkommen Wanderer. Oh, ich will mich. Was sage ich? Wir müssen die Volkanen stoppen. Jemand könnte wirklich ernsthaft verhören. Du bist richtig. Wir werden die Volkanische Waffe sehen. Meinen die Destamet hier? Vulkane oder was für Vulkane? Jo, tatsächlich oder? Geht das weg? Oh, anscheinlich. Was für Vulkane? Ja dann komm scheiß drauf. Was haben wir hier? Aber wie krieg ich denn die... Ja genau, mach mal zu. Ist ja nicht ein Schlüssel oder sowas. Ist ja nicht ein Schlüssel oder sowas. Mhm. Ja was bringt das jetzt? Ja was bringt das jetzt? Halt! Warte mal, die hat doch... Warte mal, die hat doch... Ist ja auch noch einer. Ist ja auch noch einer. Ist vielleicht ein Unterschied, wenn ich den angreife. Scheint nicht. Nee. Wächter? Ach, da guck mal ein Hebel ist da. Wohl. Sehe ich jetzt erst. Ah, guck mal. Jetzt ist der Hebel da. Freu. Okay. Und jetzt ist das frei. Perfekt. Muss ich aber erstmal wieder warten. Bis die Fähigkeit aufgeladen hat. Ist das gewollt hier? Sieht aus wie so ein... Ist das ein Berg oder? Wie das aussieht. Lul, was... Ah, die Vulkane meinen die anscheinend. Ich glaube das wäre ein bisschen sinnvoller gewesen. Ja, so leid ist mir tot, aber... Ich glaube das macht mehr Sinn. An Lava kann man eher sterben als an Schneestürmen, ehrlich. So, Lava aufgehalten. Ähm... Du hast mich verletzt. Ich bin nicht zufrieden, um mich zu beschützen. Die Dancen alle ein bisschen... ...weils. Oh, guck mal hier sind zwei... ...Platten sehe ich. Oder? Ist das... Das ist auch eine Platte. Uh. Irgendeiner wird da jetzt eh drauf latschen gleich wieder. Oh mein Gott. Warte mal sind... Es sind halt nur zwei Stück jetzt. Ich stehe da erstmal voll im Weg. Okay. Hat nichts gebracht anscheinend. Pfff... Dann würde ich sagen... Ich gebe die erstmal noch nebenan. Ach guck mal, die Lava ist weg. Perfekt. Das hat es gebracht. Geht die jetzt... ...da hin. Da ist mal in der Königsgarde... ...krank. So, du solltest da noch nicht runter gehen. Erst sollte die... ...verschwinden. Bevor da gleich wieder die Lava kommt. So. Du stehst direkt daneben. So. Robert. Boah. Spera. Hey. Mach das malzeln!!! Untertitelung des ZDF, 2020